Nicht Penny, Robin. Wie komme ich immer auf Penny? Achso ja. Knock, 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 Penny. Knock, 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 Penny. So, wie könnte man einen Sonntag besser nutzen als, äh, der Eingang ist wieder weg? Ah, Erz. Kupfererz. Sehr gut. Steine. Aha. Wow. So, ich räume das alles leer hier. Das Problem ist, ich muss ja gleich Energie nachladen. Ha, ha. Oh, ich hab da Kekse dabei. Hm, kämpfen wir uns hier einsam durch die Minen durch. Oh, da ist eine Laterne. Ist hier einer. Was ausf waar? Tognak. Oh, ich hab da Kekse dabei. Äh? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, okay. Oh, ja. Oh, nein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Eine Höhlenkarotte. Aha. Was war denn hier? Was ist das? So lecker. Jetzt können wir noch ein bisschen arbeiten hier. Komm schon. Oh, das sind eine Menge Steine. Kohle. Ah, wird knapp hier mit der Energie. Oh, oh. Oh, 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 oh. Angst. E. Jawohl. Nein. Na toll, was kann ich denn jetzt mal rausschmeißen? Das ist Holz. Das ist... keine Ahnung. Kann ich das droppen? Ein Amethyst? Kohle finde ich nochmal wieder. Ja schade, was ist das hier? Das ist Gold, ne? Hm, ist das Gold? Ich brauche unbedingt diesen Rucksack. Günther? Gut. Ja, ich muss das leider liegen lassen. Schade. Schade, schade, schade. Das heißt aber, dass ich nochmal herkomme. Holz. Oh, oh. Ich muss dringend nach Hause. Es ist ja auch schon 10 Uhr abends. Oh, jetzt aber fix nach Hause gehen. Da 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 da. Das war wieder mal ein aufregender Tag. Den Sonntag schön in der Mine verbracht. Den guten Louis noch ein Geschenk gebracht. Eine nette Geste der Robin gegenüber. Ach ja. So, muss das sein. Na, hier ist alles gut? Schön. So, äh, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ich kann das doch eigentlich alles verkaufen, oder? Damit gehe ich zum Schmied. Damit gehe ich zu Günther. Steine behalte ich. So. Was brauche ich denn jetzt gerade im Moment nicht? Na, egal. Ich muss genug Geld verdienen, um mir den Rucksack zu kaufen. Das hier kann ich verkaufen. Und ich weiß nicht, ob ich die auch verkaufen kann. Ach, das kann ich auch verkaufen. Bestimmt. So. Wie wird's weiter morgen? Die Königin der Soße. Seid gegrüßt. Ich bin's. Die Königin der Soße. Ich, ein neues Rezept, das euch das Wasser im Mund zusammenläuft. Das Essen der Woche. Gefrittierter Stör. Es ist ein perfekter Weg, zu einem gesundsten Grün auf dem Tisch zu bekommen. Ach, was gesundes Grün ist. Und Sesamöl anbraten. Frischer Knoblauch und Ginger? Ginger, Ingwer. Ach, schön tief einatmen. You learned how to cook. Okay. Jetzt will ich aber noch den Wetterbericht sehen. Äh, Regen. Toll, da hab ich doch jetzt schon... Level 1. Ja, Sherry Bomb. Oh, cool. Da kann ich mir den Weg freisprengen. Das ist ja schön. 300 und. Okay. Ist nicht so viel. Es regnet wirklich. Oh. Hallo. Hi. Guten Morgen. Wie hat er das denn bitte mitgekriegt, dass ich Erd gefunden habe? Beobachten nämlich alle hier, oder was? Wenn du das Beste aus den Erzen kriegen willst, brauchst du einen Furnace. A Furnace. Ähm. Oh. Vielen Dank. Baupläne für einen Furnace. Ist das eine Schmiede? Ein Schmelzofen? Eine Schmelze? Learned how to craft a Furnace. Ah. Im Schmelzofen kann ich Metall einschmelzen, äh, herstellen. Und das kann ich dann zum Bauen, Bauen und Werkzeuge upgraden benutzen. Cool. Sehr schön, sehr schön. Danke, Clint. Wenn du einige Kupferbarren hergestellt hast, kannst du mich ja aufsuchen, um deine Werkzeuge abzugraden. Das ist gut. Das macht deine Arbeit sehr viel einfacher. Sehr schön. Vielleicht brauche ich dann nicht mehr so viel Energie. Jo, bis dann. Take it easy. Danke, dass du sechs Uhr morgens bei mir warst. Äh. Wer hat denn hier... Äh, ich hab Post. Hey, Robin. Jo, was geht? Da ist eine Menge Steine auf deiner Farm. Ich könnte einen Brunnen für dich bauen. 75 Steine und 1000 Gold und dann baut sie mir einen Brunnen. Das ist aber immer noch kein Freundschaftspreis, Robin. Äh, so. Was wollte ich jetzt? So, das wird gewässert. Das ist kein Problem. Geburtstage sind heute auch nicht so. Genau, ich wollte mal zu Günther. So, warte. Was soll ich denn hier... Da, Bombe. Copper, Ore und Coal. Ah. 20 Korb. Oh, Kupfererz. Ha, 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 ha. Oh. Oh, da ist er... Oh. Da ist aber noch... Oh. Alter. Da ist aber eine Menge zu tun. Das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Hi, Robin. Hier haben wir noch drei Leute. You should build a furnace. Ja. Ja, ich brauche... Alter, ich brauchte erst mal das Material. Jung. So, es ist Montag. Es regnet in Strömen. Ähm. Ich hab nicht genug Geld. Es ist... Ein Fluch. Wo ist denn der gute Günther? Hm. Ist ein prima Geschenk. Kann man immer gebrauchen. Durch den Mistwetter. Lalalala. Den Mistwetter. So, die Kneipe zu. Das ist ja auch helllichter Tag. Der Bürgermeister ist auch nicht zu sehen. Kann ich eigentlich Post klauen? Oh. Event. Abysmal. Abysmal? Verflucht? Nicht ein einziges Stück in der gesamten Kollektion. Oh. Komm hier. Ich hab was für dich. Was ist das? Du hast das gefunden. Lass mich sehen. Hier. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Es ist ein Amethyst. Ich würde das gern gründlich untersuchen. Aber das hier gehört dir. Hm. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Aha. Jetzt kommt's. Würde es dir was ausmachen, alles was du an Artefakten und Mineralien findest, zu spenden? Wir könnten gemeinsam einen durchbrechenden Erfolg erzielen. Entdeckung erzielen. Und wer weiß. Wenn du spendest, entdecke ich vielleicht einige interessante Sachen, die ich dir schicken kann. Aha. Also ich hab die ganze Arbeit und bring's dir, damit du mir was schickst, was ich schon gefunden hab. Oder wie oder was. Denk drüber nach. Wenn du dich entscheidest, etwas zu spenden, bringe die Objekte einfach an den Eingangsbereich vorne. Okay. Da krieg ich aber kein Geld für, ne? Archeology. Doch, das ist ne Quest. Ha, ha, ha. Hier, ich hab was. Tada. Ne, nicht zwei. Nur einen. Ach, komm. 250 Gold. Lala, lala, lala. So. Hallo? Ey, ich hab dir doch grad ein Mineral gebracht, du Horst. Äh, ja, ich geh mir auf Schatzjagd. Alles klar. Hm. Da geh ich am besten mal wieder in die Hülle rein, ne? Der Regen macht alles hier kümmert sich um eine Ernte. Das ist schon mal gut. Joja-Markt, hau ab. Halt. Ne, doch, ich komm hier lang, ne? Ich müsste doch jetzt mittlerweile hier lang kommen. Ich hab natürlich keinen Platz im, äh, nein. Boah, ich bin ja mal gespannt, wann ich's lerne. Kein Platz im Inventar. Ach, zur Not schmeiß ich die Blume raus. da, 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 da. So, jetzt werden wir mal hier ein bisschen zum, zum Forscher, gell? Alles wieder voll. Und ich muss erst mal den nächsten Eingang finden. Oh, Leute. Gefunden. Was haben wir da für ein Schleim? Boah, da kann was einstecken. Oh, ich bin verschleimt. Er schleimt dir nicht voll. Nix. Pist. Ja toll, jetzt finde ich gleich was tolles und hab nix mehr. Eine Geode. Was ist das? Sepp. Ach, wo ist denn der nächste Eingang? Wo gehts denn hier runter, Manu? Unten waren ganz tolle Kisten. Schon wieder kein Platz. Jetzt kommt's, nö. Ernsthaft? So was mach ich da alle weg? Jetzt reicht's. Da ist er, ha. Das ist ne andere Höhle. Ich hab kein Licht. Oh nein, da ist schon wieder ein Schleim. Ja. Ja, was soll ich da sagen? Ich bin doch nicht gut vorbereitet Ich brauche noch etwas mehr Geld Dann habe ich erstmal einen größeren Rucksack So, erstmal den Kram wieder nach Hause bringen Ein hin und her gelaufen ist das hier So, hallöchen So, hier alles gut auf meinem Acker So, warte Die Blumen erstmal rein, das Geschenk für irgendwann So, rein Was mache ich denn mit Schleim? So Muss ich das eigentlich immer alles mit mir rumschleppen? Ja, ist ja jetzt auch egal So, es ist 3.20 Uhr, schaffe ich es noch zum Schmied? Lauf, schneller, lauf Lauf, Forrest, lauf 3.30 Uhr, 3.40 Uhr Komm, ich schaffe das noch Los, schneller Du schaffst das, Junge Verdammt Ich hoffe, der hat länger als 16 Uhr auf Nein Soll ich mich auch noch verlaufen? Nein Verdammt Alter, 20 Minuten, echt jetzt? Soll ich mich auch noch ein wenig are weinen? Vielen Dank.